Musik Die Viva La Morpedge Roadshow ist nicht nur was für die aktiven Motorrad-Enthusiasten unter euch. Nein, hier heißt es auch Back to Bike. Wer lange nicht gefahren ist, aber als Wiedereinsteiger damit liebäugelt, sich wieder auf ein Bike zu setzen. Ein Führerschein, der entsprechende Klasse hat, der kann hier gefahrlos mit Hilfe von Instruktoren und auf einem beruhigten Platz mal wieder Platz nehmen auf der Maschine. Ein paar Runden drehen und so den Spaß am Biken wieder entdecken. Also, wenn ihr Spaß habt, wenn das Wetter stimmt, hier gibt es Motorräder für jeden Geschmack. Probiert es einfach aus und dreht eine Runde. Habt ihr Spaß, haben wir Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann. Musik